hallo ich begrüße dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst mein video anzuschauen heute mit einer meditation von gabriele rossbach aus dem buch visuelle meditation wiegende atmung bei dieser übung würde atem ganz passiv erlebt man vertraut sich ihm an und lässt sich von atemrhythmus in tiefe entspannung geleiten im rückenlage also suche dir eine bequeme position aus leg dich hin ich stelle mir vor auf einen großen dicken luft matratze zu liegen und auf den sonnen durch strahlten meer ganz nahe am ufer zu treiben ganz passiv spüre ich wie mein körper von den weichen luft matratze sicher getragen wird und ich fühle mich vollkommen frei und gelöst die sonne durch schwärmt meinen körper sanft und angenehm besonders der bauchraum ist strömend war hin und wieder streicht eine erfrischende kühle brise über mein gesicht ich schaue hinauf in den leuchtenden blauen himmel in seine klaren weite und atme ganz frei und gelöst nun lasse ich meinen atem in rhythmus mit den schimmernden meereswellen fließen mit jedem einatmen fühle ich mich von einer langen weichen welle sanft und langsam empor gehoben und mit jedem ausatmen gleite ich weich in ein wellental ich genieße es von den wellen meines atems gewiegt zu werden und ich fühle mich vollkommen geborgen in mir selbst während mein atem mich sanft und friedlich wiegt wunderbar durch schwärmt und zufrieden dann lasse ich meine gedanken wieder ganz hier in der situation eintreffen ich sende dir ganz viel licht und liebe und frieden aus meinem herzen heraus und sage bis bald namaste die deine valeria die